Ja, ja, das Pfalzer Wasser. Können Sie sich das vorstellen? Vor 200 Millionen Jahren ist da ein riesiges Meer gewesen. Und dann ein bisschen später ist Afrika auf Europa zugerutscht und hat die Gesteine vom früheren Meeresboden zusammengedruckt und übereinander geschoben. Und so sind dann die Berge da entstanden, damit sich heute rein das Pfalzer Wasser mineralisieren kann. Es ist gut, das Pfalzer Wasser.